Yo was geht ab Leute, hier ist der Zaios. Heute machen wir ein Video und zwar heute ein besonderes Video. Ja, wie ihr jetzt gerade seht, wir suchen uns Freunde ganz normal im Public. Mal gucken, ob die freundlich sind oder nicht. Aber Leute, bevor wir das anfangen, bitte supportet mich mit meinem Creator Code. Ich habe einen Code bekommen für die letzten zwei Wochen. Endlich, endlich Mann. Nach zwei Jahren Arbeit habe ich endlich meinen Code bekommen und zwar, das ist der Zaios hier. Vorsicht Leute, das ist ein 0, also nicht O, ganz einfach. Zaios mit 0, bitte supportet mich und benutzt meinen Code, wird mich viel mehr freuen. Genau, jetzt können wir den Video anfangen. Oh mein Gott, bitte. Ja, ja, ja. Let's go, let's go. Ja, man, let's go. Ja, let's go boys. Ja, let's go boys. Ja man, ja. Ja man, ganz genau. Endlich, Bro. Ich hab einer gesehen im Lobby und dann hast du ja der Weekend. Let's go. Ey, niemals der sucht mich jetzt auf Twitch. Niemals sucht er mich jetzt auf Twitch. No way that he's still in 5 Minuten. Just kiss that ass, Bro. Ja man, let's go. Hey, der will mich nicht töten. Der will mich nicht töten. Nein, du musst mich töten. Die will mich nicht töten. Ja man, du musst mich töten. Let's go. Ich hab den 관련. Nnnch are... Hari. Der will mich nicht töten. Der will mich nicht töten. Der will mich nicht töten. Alles gut. Das wird mich nicht töten. Ich bin nicht töten. Ah, da ist er da! Da ist er, da ist er! Da ist er, da ist er! Da ist er, da ist er! Hehehe! Ich muss nicht mehr, da ist er! Das ist 100% mehr! 100% mehr! Richtig, richtig, blau! Nein! Nein! Digger, ja Gefällt es dir jetzt? Ich dachte du bist freundlich. Egal. Ja, bitte. Alles klar. Scheiss. Nein, ich brauch keinen Loot. Nein, komm her. Das ist der Beste, Bro. Ich muss mich töten. Ich muss mich töten, Bro. Ich meine, ich will keinen Loot. Ich muss mich töten. Nein, hat er es nicht gemacht. Hat er es gelieft? Nein, Bro. Der lief einfach. Ich muss ihn nachher finden im Replay. Stig.